Ah, Sibylle also gleich live bei der jungen Mama zu Hause. Und ich habe übrigens auch so ein süßes Karamellhäschen bekommen. Sehr lecker, sehr lecker. Und ich habe noch was zum Thema. Oh, wie süß! Einen Bouvier de Flandre. Das ist eine spezielle Hunderasse. Sehr wuschelig, sehr treu, sehr selten und sowas von nett. Vor allem, wenn sie klein sind. Aber da sind eigentlich alle Hunde irgendwie zum Knutschen. Für Ihre Tiergeschichten war Tatjana Gessler in Rechtenstein bei Riedlingen und hat sich mitten reingestürzt ins Gewuschel. Das also ist ein Bouvier de Flandre. Okay, die sechs Wochen junge Mini-Ausgabe. Gutmütig, familienfreundlich, wuschelig, treu und ein bisschen dickköpfig. Selten ist der Bouvier de Flandre. Gerade mal 30 Hunde gibt es bei uns im Land und eine einzige Züchterin. Marianne Miller in Rechtenstein bei Riedlingen. Woher kommt es, dass man die Bouviers so wenig sieht? Bei uns im Süden gefallen sie eigentlich, die Leute. Und in Saarburg ist ein Hohland, da gibt es sehr viele. Und in Norddeutschland oben gibt es auch mehr. Aber es ist ein Hund, der fällt einem nicht so ins Auge. Das Gesicht ist zu, jeder will ein Gesicht sehen. Und es sagt, der Hund weiß nicht, was hinten und vorne ist. Früher waren sie probiert, heute ist mit der Schwänze ein bisschen besser. Aber es ist so ein tödvoller, lieber Hund. Ich habe es also kennengelernt als die sanften Riesen. Der Bouvier de Flandre ist ein belgischer Treibhund. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie flantrischer Ochsentreiber. Den Bouvier gibt es zwar mehrere hundert Jahre. Als Rasse wurde er aber erst 1910 anerkannt. Nach dem Ersten Weltkrieg war er so gut wie ausgestorben und musste zurückgezüchtet werden. Der Bouvier de Flandre, der war im 18. Jahrhundert ein Bauernhund, ein richtiger Arbeitshund, der musste da richtig ran. Zum Beispiel haben die in Flandern auf den Kanälen Kähne gezogen oder Karren gezogen oder Ochsen gehütet. Also die mussten einiges arbeiten, haben wenig zu fressen gekriegt. Und dadurch sind es sehr, sehr zähe Hunde. Das heißt, sie werden selten krank. Und welcher Hund schafft es schon, in dieser Größe bis zu 15 Jahre alt zu werden? Weil die wuscheligen Schönheiten früher als Zughunde gezüchtet wurden, können sie an der Leine eine enorme Kraft entwickeln. Ein Bouvier zieht bis zum Achtfachen seines Körpergewichtes. Züchterin Marianne Miller weiß, wie sie sich die Hundepower zunutze macht. Und ihre Zughunde bekommen nicht genug davon. Aber auch in ihrem eigenen kleinen Privatzoo kann sie die belgischen Treibhunde gut gebrauchen. Dann zum Beispiel, wenn ihre Lamas mal wieder ausgewüxt sind oder in ein anderes Gehege getrieben werden müssen. Jetzt haben sie einen richtigen kleinen Zoo hier. Haben sie denen das beibringen müssen, die zu treiben? Eigentlich nicht. Das kommt von alleine. Ich muss sie eher zurückbremsen, sodass sie mir nicht so viel treiben. Das heißt, diesen Herdentrieb, die zusammenzuhalten, das haben die schon von Jahrhunderten an und können das immer noch... Ja, der sitzt drin. Der sitzt drin. So ganz frisch lernen kann man das gar nicht. Der Hund muss das schon mitbringen. Und denen ist es wurscht, ob es ein Esel oder ein Lama oder ein Schaf ist. Wie jeder Rassehund hat auch der Bouvier de Flandre seinen Preis. 1000 Euro muss man für ihn auf den Tisch blättern. Aber dafür hat man ja auch lange was von ihm. Wie gesagt, fast 15 Jahre.